ja hallo meine lieben es ist wieder ein gewinn angekommen den ich beim online gewinnspiel gewonnen habe ich habe keine ahnung was da drin ist und ich mache es einfach mal auf und wir schauen nach was das ist es ist für die nintendo switch 51 worldwide worldwide games cool tja das kann ich jetzt einem familienmitglied mit einer switch geben oder einem freund oder den kindern von freunden gewonnen habe ich das ganze bei schön hässlich ich glaube da habe ich sogar schon mal eine designlampe gewonnen beim adventskalender gewinnspiel vor zwei drei oder vier jahren oder sowas diesmal schreibt schön hässlich lieber nintendo fan das mitmachen hat sich gelohnt uns wurde mitgeteilt dass du zu den gewinnern des gewinnspiels gehörst herzlichen glückwunsch gern senden wir den gewinn 1x51 worldwide games zu und wünschen dir viel freude damit viele grüße dein nintendo team ja sehr cool nintendo und schön hässlich vielen dank an diesen tollen gewinn macht's gut leute alles gute weiterhin bis zum nächsten mal ciao